Hi, am Anfang ich möchte für euch sagen Dankeschön für wunderbares Wünsche auf YouTube für mich, das war für mich ganz überrascht und in diesem Moment ich möchte einfach sagen Danke, Dankeschön und gleich kommt neues Jahr. Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Einen guten Start ins neue Jahr 2016 und alle Zeit. Das wünsche ich für euch alle. Tschüss!